Der Ausbach, sein Gewinn geht an den Verein BICSCH, eine private Initiative von Ärzten, die seit 2006 ehrenamtlich im Schatten großer Fußballereignisse kranken, behandlungsbedürftigen Kindern hilft. Der Gewinn ist ein Beitrag für den nächsten Einsatz dieser ehrenamtlichen Ärzte. 7.000 Euro! 8.000 Euro! 8.000 Euro! 9.000 Euro! 10.000 Euro! 1.000 Euro! Vielen Dank.